Oh mein Gott! Ja! ...23 noch. Die Collab. Pfff. Ich hab Bock. Ich hab Bock. So, wo ist der kleine Schlawiner? Alter, Meister, geht's dir gut? Mir geht's hervorragend. Ah, das freut mich. Deine Aura übermannt mich gerade mit Glücksgefühlen. Mit Dopamin und Sepamin und was auch immer noch mein Körper ausschültend. Der biologische Boss. Der biologische. Und ich hoffe, dir geht's wunderbar. Einwandfrei. Du, ich lebe gerade meine Fortnite-Sucht aus. Ich mach die Woche noch Streaming-Technisch ganz entspannt. Ich geh einfach nur live, wenn ich Bock hab. Oh, das macht einfach. Es macht einfach Laune. Wieso hast du dich wie einen Song von Eminem genannt? Du musst dich eher fragen, warum hat Eminem einen Song für mich gemacht? Weil ich heiße es dann. What? Das war der Botskin. Aber ich hab ihn. Hier ist richtig Action. Und dann noch die Musik hier aber. Richtig Cyberpunk. Ja, das ist so typischer Skrillex-Remix. Da ist der Bot schon wieder. Okay, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal hier in Sicherheit. Gehen wir jetzt erstmal den Biss nach außen. Ich würd sagen, wir eliminieren erstmal alle Menschen, die bevor wir uns um die... Junge, wir haben ein Geschenk einfach ignoriert. Wir haben ein Geschenk einfach ignoriert. Ich hab... was? Du hast mir das gedroppt? Alter, du Maschine. Okay, du kämpfst gegen den Bot. Kriegst gleich Support-Meister. Brauch emotional Support. Ah. Jawoll, nimm du, nimm du, nimm du. Nimm du die Waffe. Ich nehm erstmal die Münzen. Ja, ich hab die Waffe. Oh, ich liebe sie. Jeden Tag ein bisschen poken, bis man endlich in die Lobby reinkommt. Sonst verfällt immer so jeder in seinem eigenen Programm. So, ja, ich mach erstmal noch dies und das. Voll, voll, voll. Ich bin da auch... Ich hab auch einige Kollegen, so richtig gute Freunde von mir. Aber wir streamen einfach nie zusammen. Weil, es ergreift keine Initiative. So, ja, ja. Irgendwann machen wir. Immer dieses, ja, ja, bald, bald. Genau, genau. Und das ist so pain, ey. Ich will das auch 2024 einfach ändern. Ich will einfach... Ich werd den Leuten so auf den Sack gehen, bis ihr mir entweder komplett ghosten oder gar nicht. Äh, entweder zusammenkommen. Montee, 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 Montee. Lass socken, lass socken. Habibi wollen küssen. Das ist irgendwelche. Ah, das ist der wieder. Das ist der vom Anfang. Ja, das ist der vom Anfang. Das sind die beiden. Das sind die beiden. Die haben Bock, die haben Bock, die haben Bock. 71. Warte. Taktische Granaten. Ah, jetzt geht's los. Rein da. Opfer dein Herz. Alles klar, rein da. Oh, der hat mich, der hat mich. Einer lebt noch, einer lebt noch. Nein. Nein, echt jetzt? Irgendjemand wollte, dass man auf WhatsApp schreibt, dass ich mit Hübi jetzt zocke. Die haben sich richtig Notifications hier gemacht. Wann, wann, wann fliebst du mit denen? Wann, wann, wann? Echt jetzt? Ja. Ich war richtig heiß drauf, dass wir mal zusammenkommen hier. Bruder, ich will alles mit dir tun. Oha. Das heißt, wir machen mal Smash or Pass, wenn ich mal bei dir bin. Stand down. Ich so, warte mal, wer ist denn das? Dann hab ich erst mal geguckt, da hast du auf einmal geradet. Ich so, hä, also wir hatten noch nie was miteinander zu tun. Wo kommt das her? Ja. Vorhin sind wir im Stream gesehen und ich hab mir gedacht, so vorwiegen, ja, das passt. So, mit dem müssen wir mal irgendwann mal was machen. Aber da warst du noch nicht auf deinen Fortnite-Trip. Da warst du so Mario Odyssey, der 200. Speedrunner. Ja, Mario Odyssey, ähm, Fortnite bin ich jetzt seit einem Monat, würde ich sagen. Eigentlich so Dezember. Dezember ist so grad, so die letzte Woche OG Season und jetzt die neue. Okay, das ist so meine Fortnite-Zeit. Ab dahin. Ja, der holt er raus. Stay toxic. Das ist der beste Mode in ganz Fortnite. Alle anderen kannst du sonst wohin schmieren. Und das ist auch noch der Default Dance, ey. Ich liebe den. Ich liebe ihn wirklich mal alles. Der ist so gut. Und diese Mucke, ne? Der ist Scrubs halt. Beste Serie. Hab ich nie gesehen. Ist das auch Scrubs? Das ist auch Scrubs, der Tanzmann. Wie? Ich dachte, du feierst, dass es gerade total bald Scrubs ist. Und ich dachte, ich hol mir hier Pluspunkte, ey. Nee, komplett raus. Noch nie gesehen. Bin aber allgemein nächster der Sitcom-Shower. Ich hab Toon the Half Man und How I Met Your Mother gesehen. Ja. Scrubs war aber nicht so ganz Sitcom. Es hat da sogar eine Parodie-Folge, wo es als Sitcom dargestellt wurde. Ein Bot, oder? Das ist ein Bot, ja. Jeder andere hätte dich gepusht. Ja. Zieh durch! Jetzt, wo ich sehe, auf einmal auch Lust bekommen, Fortnite zu zocken. Ich glaube, das macht auch echt viel aus, wie man das Spiel wahrnimmt, mit wem man zockt. So mit Leuten, mit denen man grad Spaß hat, die es auch nicht zu ernst nehmen. So vor wegen, ne, wir müssen pushen, pushen oder winnen. Aber Transformers ist auch so ein Film, der ist immer, also, Logik im Film gar nicht vorhanden. Jeder einigt sich eigentlich darauf, dass der purer Trash ist. Aber es ist halt so krass inszenierter Trash. Ja. Es ist inszenierter Trash. Brain aus. Angucken. Roboter geben sich eine auf die Fresse, wie bei Pacific Rim und geil. Fertig. Und für die Männer ist immer noch eine hübsche Frau dabei. Ja. Da haben wir einen. Ja. Hab ihn. Ey. Ich hab den Kill gekriegt, ne? Ja. Wir haben beide reingesniped. Tock das Teamwork. Boah, hinterm Baum. Und hinterm Stall. Da! Wo kommen die her? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh fuck, fuck. Boah, Digga. Die haben uns so überrascht. Den Dino hätt ich fast down bekommen, den anderen nicht mehr. Ich hab die auch gar nicht null gecheckt, ne? Ich hab die null wahrgenommen. Kommen Videos von euch beiden zusammen. Puh, da müssen wir mal überlegen, was man aufnehmen könnte. Stück für Stück. Also ich muss sagen, nach dem heutigen Stream hab ich eigentlich gar keinen Bock mehr dich zu treffen. Ja, das reicht doch, ne? Nächstes Jahr wieder? Ja, irgendwann, irgendwann ist doch gut, ne? Ja, reicht doch wieder. Du wirst wahrscheinlich keinen Fortnite-Content hochladen. Oder lädst du alles hoch? Irgendwann, irgendwann mein Bester. Mein großes Ziel ist, dass ich, egal was ich hochlade, es wird gerne geschaut. Ja, das ist auch mein Ziel auf Twitch. Das ist der heilige Gral. Egal was ich zocke, die Leute sollen einfach Bock drauf haben. Egal ob es Spider-Man 2 ist oder Elden Ring. Elden Ring hat mich so traurig gemacht damals, ne? Warum? Weil du es zu viel gespielt hast und keinen hat es interessiert? Ich hab's zum Launch versucht zu spielen und es hat keinen so interessiert. Es hat keiner gekannt. Es war ein Indie-Game. Elden Ring-Indie-Game, let's go. Aber inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr in den Mainstream reingekommen. Souls ist mittlerweile ganz gut angekommen. Gerade durch so große Creator wie Elias, Reapers. Ich glaube, die haben das ein bisschen mehr gepusht jetzt auf Twitch. Weil, weißt du, nachdem die das gezockt haben, was meinst du, was ich im Chat gelesen habe? Ich kenn das. Du musst immer drauf warten, bis die Großen streamen, damit du es ausstreamen kannst. Ja. Und dann kommen die Leute in den Streamen. Ey, hast du schon mal Elden Ring gespielt? Das ist voll schwer. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich. So, halt dein Maul. Ja, Bro. Also, wirklich. Ich sag's dir. Irgendwann, so in zehn Jahren, gibt's so eine riesige Hybi-Lore. Boah. Ey, wirklich. Dieser Kanal besteht zur Hälfte aus Insidern. Ja. Also, long story short. Das ist vielleicht wirklich mein Clip, den du irgendwie im nächsten Stream mal angucken kannst oder so. Ich hab Mario Maker gespielt und hab ganz, ganz emotional ganz knapp vor Ende verloren. Das war noch im Kellerstudio bei meinen Eltern. Ja. Und ähm. Ja, 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 ja. Ja, und dann bin ich gestorben, hab meinen Controller weggeworfen, bin vor Wut in die Luft gesprungen und mit dem Kopf Vollgas in die Deckenlampe gerattert. Und hat's clear gemacht. Sie schallert runter. Und ich war komplett perplex. Ist der perfekte TikTok, ey. Oh mein Gott! Ja! Ja! Ist es auch. Das ist, glaube ich, der legendärste Clip, der jemals von mir existieren wird. Hamsterbacken, Yubi. Oh Gott. Ja, Bro. Lass dich jetzt nicht zu sehr in die Insider reinziehen. Das ist, das ist zu much. Ey, wo landen wir? Pass auf. Wir landen nicht hier. Ich glaube, ich bin hier noch nie in meinem Leben gelandet. Dann gehen wir dahin. Kevin, Kevin hat uns einfach schon verlassen. Kevin, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. So, einmal Kevin anfassen. Wir saven ihn, wir saven ihn. Einmal Kevin anfassen. Zu dritt! Oh, damn. Das ist eine liebevoll. Das ist liebevoll. Zeppelin, ich frag ihn lieber nicht wegen irgendwelchen Memes. Ich glaube... Ich glaube, das triggert ihn so ein bisschen. Nach was fragen? Soll ich wegen Dr. Hübi fragen? Ach, Bruder. Aber ich habe doch auch Dr. Stan. Wieso schreibt keiner fucking mal wegen... Nein, ist auch egal. Lieber nicht. Ist Dr. Stan so aus wie Dr. Sommer? Ne. Dr. Stan macht nur Sachen in Fortnite, macht Sachen kaputt. Bruder, ist das so ein alter Ego von dir? Ja. Damn. So auf Roleplay-Basis. Ach du Scheiße. Nein. Gibt es Fortnite-RP? Bestimmt irgendwo. Irgendwo. In dunklen Ecke gibt es Fortnite-RP. Aber RP ist ja so gar nicht irgendwie meins. Kann ich nicht. Oh, ich muss sagen, ich habe nie GTA gespielt, aber ich habe vier oder fünf Streams GTA-RP gespielt. Und ich hatte sehr viel Spaß. So, passen wir zu... Ne, das ist ein Zweisitzer, ne? Das ist ein Zweisitzer. Was hast du für ein geringverdiener Auto? Da. Ja, es ist so, ne? Ja, es ist so. Bitte nicht das Fortnite-RP-Hohlauf machen. Ich glaube, einige Leute haben versucht Fortnite-RP zu machen, nachdem so der GTA-RP-Hype war. In Deutschland. Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht ganz so gefruchtet. Haben die Leute nicht so abgekauft. Okay, wir sollten vielleicht mal was sinnvolles tun. Oh, hier ist eine Kopfgeldjagd. Hier ist Geld jetzt komplett. Warte mal Schritte hinter uns. Ja, wir haben Gegner hier. Hinter uns sind die. Digga, jetzt kracht's komplett. Geil. Ich glaube, das war der Fan. Das war der Kopfgeldjäger. War der allein? Der aktuell alleine, aber der hat noch Mates. Ja, ich wollte gerade sagen, da kam... Ja, da, da. Er war weg. Er ist jetzt weg. Ja, jetzt sind sie weg. Ja, jetzt sind sie weg, ja. Ich habe immer das Gefühl, meine Community wartet immer nur drauf, dass ich mit irgendjemandem streame so, mit dem ich vorher noch nicht gestreamt habe, um einfach alle Insider reinzuballern. Ja, das ist doch gute Mund-zu-Mund-Propaganda, hast du gut erzogen. Wo findest du solche Menschen? Ja, das ist so Sekten-Lifestyle. Sekten-Lifestyle. Sekte for life. Hä, hä, hä. Deswegen sage ich, Alter, wenn du auf die Gamescom reinkommst, da kommt erstmal Gottesmusik hier, wie bei Elden Ring, so Boss-Musik und dann so ein Licht von uns. Boah, das ist ja krass. Sith's Theme. Das wäre heftig. Duel of the Fates, ne? Oh, ey, bist du Star Wars-Gucker? Ja, klar. Geil. Was ist dein Lieblings-Fan? Äh, ich würde schon sagen der dritte. Maschallah, darf ich dich küssen. Endlich sagt's mal jemand. Okay, alle immer, ja, eins, zwei, drei, scheiße, und sieben, acht, neun auch scheiße, nur vier bis sechs ist gut. Vier bis sechs ist greif. Ja, ist auch gut, aber drei, Digga, drei. Vier bis sechs ist nicht gut gealtert, so. Jawollo. Deine Mythen sind das Gelbe vom... Ey, so toll. Oh, dankeschön. Warte mal, wir müssen, äh, umplanen. Unser Ziel liegt in der Zone. Bongo Cat, du, äh, tu dir keinen Zwang an. Die Mythen findest du alle noch auf YouTube. So. Die pushen wir, die pushen wir. Und wir holen jetzt eine Waffe. Hat der die? Ne, ne, die ist er noch. Die ist er noch in der Zone, müssen wir mal hingehen. Ah, lol, stimmt. Den hast du. Hab ihn. Oh, exotonym. Ey, der Typ rasiert. Aber das sind noch Schüsse in der Richtung irgendwo. Warte mal. Irgendwo da sind noch Schüsse. Da, aber ich seh den sogar. Ich seh den sogar. War das der? Ne, ne? Oh, ich hab einen. Oh mein Gott. Bruder. Den haben wir schön weggesniped. Ah, das könnte im Bot gewesen sein, Schau. Wir haben so Erwartungshaltung so von Ihnen. Jede Runde im Win. So, Bruder. Höchstens von 150 Runden. Das sind vielleicht zwei Runden, die richtig geil sind. Ja. Sorgen. Stimmt, die Medaille ist echt noch da. What the fuck? Oh, schießt du? Schießt er auf den Bot oder ist er der Gegner? Bot, Bot. Okay. Alles fein. Aber haben wir jetzt die Medaille? Ja, da ist die Peter Griffin-Medaille. Ja. Soll ich die auch noch nehmen? Nein. Nein. Nein, da ist die wir. Da ist noch einer. Jawoll. Let's go. So, Chris Redfield, raus mit dir. Der hat die Medaille. Bruder. Hä? Es lebt nur noch einer. Das ist der Epic Win, ich sag's dir. Das ist er. Das ist einer. Der ist einfach alleine. Ich glaub, der hat jetzt richtig viel Spaß. So, und wo kommt deine Liebe zu Ariana Grande her? Keine Ahnung, ich find die einfach ultra hot. Okay. Nicht wegen der Musik. Also das ist wirklich so gottlos. So gottlos, gottlos. Dann hast du doch bestimmt das Ariana Grande Event nachgeguckt in Fortnite. Nein, hab ich noch nicht. Wie? Ja, weil ich will ja nur den Skin haben. Das Event ist mir ja egal. Ja, aber da hat er getanzt, Junge. Ja, Bro, Bro. Da guckt man sich Konzerte an. Bro, ist nicht dieser eine Typ. Aber in dem Konzert hat er keine Engelsflügel und ist durch die Welt geflogen. Und hat dir kein Kürzchen zu. Er ist auch gar nicht. Er will seine Waffe noch benutzen. Oh, schade. Geil. 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 Dann kannst du auf die Server, Mann. bestimmt bestimmt. Und ansonsten, wenn du Fortnite keinen Bock mehr hast, dann finden wir irgendwas Neues. Dann machen wir die Speedrunners in Dark Souls oder sowas. Meister. Meister, das war mir eine Ehre wirklich. Ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß. Same, same. Machs gut. Ich danke dir für den geilen Abend, ne? Dir auch, dir auch. Hoi rein. Ciao. Ciao.